So Leute, da sind wir wieder. Der Samy ist auch am Start und hat sich gefreut, dass alle oder viele von euch den Adblocker ausgemacht haben. Er sieht sehr glücklich aus. Er sieht sehr glücklich aus. Samy ist jetzt noch ganz knuddelig und verschlafen. Haben wir ja gesagt, ich habe noch mal 40 Euro draufgetan, Leute. Ich habe zwar gesehen, dass irgendwie die Hälfte der Leute sowieso wieder rausgegangen ist. Also hat total gut geklappt hier. Ah, jetzt erst mal Drittchen. Hat total gut geklappt hier mit dem... Ah ja. Aber 6000 Leute, die noch dabei geblieben sind. Super. Und freuen wir uns drüber. Samy ist auch wieder da. Und wieder beißen. Und wir machen wieder weiter mit 4600 Punkte. Also quasi bei der Halbzeit. Ne, beim Drittchen. Einmal die Nase beißen. Einmal die Nase beißen. Au, au, au. Was, Samy? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Entweder schlafen oder spielen. Mehr kennst du mich nicht. Oder gekrault werden. Aber da Samy ein Kerl ist, wird er nicht so gerne gekrault. Also ich glaube, weibliche Katzen kommen öfter an und sagen, sie kraul mich. Ja, das macht er auch. Aber der ist in jedem Raum mit uns. Ja? Ja, jetzt kriegst du ihn. Ach guck mal, jetzt ziehen wir noch mal Rotner, Nietzsche. Kaka, Lika, ey. Samy. Mann und ich kann ihn immer noch nicht aussprechen. Ja, ich weiß. Und Gips haben wir. Ne, Samy? Was los? Liegt er auf den Handys drauf. Das ist schön. Samy ist nämlich eine Katze, die keine Handys mag. Auf die Tastatur setzen. Wir müssen ein bisschen mal unseren Transfermarkt hier aufräumen, weil wir echt hier ein bisschen zu viel haben. Scheiße. Das ist aber doof. Das ist aber echt doof. Leute, ihr müsst schneller kaufen, weil irgendwie läuft das hier nicht. So, jetzt müssen wir hier Spieler abstoßen. Wir ziehen zu viele einfach doppelt. Scheiße. Oh nein, jetzt habe ich anbieten gedrückt. Oh, was? So, hier so ein Papa-Dopulus. Wer will denn so einen Spieler haben mit 67 Pace? Interessiert doch keine Sau. Ach, das Twitter-Ding. Oh, sorry, Leute. Mensch, da muss ich auch wieder... Samy attackiert wieder alle, schreibt der Tim. Ja. Oh, wie süß Samy ist. Ja. Schreibt auch wer. Mit einem komischen Namen. Boah, das kann ich nicht aussprechen. Sepp, man kann nicht donaten. Warum kann man nicht donaten? Leute. Warum kann man nicht donaten? Ja, das frage ich mich. Das frage ich mich jetzt aber gerade wirklich. Das ist aber komisch. Ich weiß nicht. Müssen wir Peter mal anrufen. Peter fragen, warum man nicht donaten kann. Warum kann man nicht donaten? Peter, warum können wir nicht donaten? Das frage ich mich jetzt aber gerade wirklich. Das ist aber komisch. Fragen wir mal eben den Bram. Soll der Bram sich mal melden und sagen, warum wir nicht donaten können? Mensch, das ist aber echt arsch. Peter, warum können wir nicht donaten? Ah, Subscriber geht. Donation aber leider nicht. Ja, gut. Das ist halt... Das ist halt Technik. Da können wir leider nichts dran machen. Soll der Bram sich nicht sagen, warum wir nicht donaten können? Mensch, das ist aber echt arsch. Der Bram, der fragt, ja, geht halt. Jetzt geht es halt nicht, Leute. Aber Subscriber geht noch. Geht halt alles gerade nicht so ganz so gut. Weil halt Hashtag PeteStream und PeteStream einfach voll abgeht. So, nicht zugewiesene. Der Scheiße. Egal, alles abstoßen. Aber nochmal, der Florezzi. Der ist gar nicht so schlecht. Ach, weißt du was, alles abstoßen? Mann, ey, ist mir doch egal. Wir ziehen hier nur Müll. Mann. Da, bist du wieder dran. Kann nicht. Mensch. Ich mach das jetzt. Du machst das jetzt. Und weh, du ziehst nicht die Maria. Das wäre wirklich cool. Also über die Maria würde ich mich schon ziemlich viel freuen. Mehr als über Hamuma. Oder Hansen. Guck mal, Hansen haben wir gezogen. Frau Hansen. Ich will mal aussehen. Nein, Gott. Also wirklich cool. Okay, also mach ich schon. Nein, schmeißt du den weg. Den abstoßen. Abstoß. Oder Hansen. Guck mal, Hansen haben wir gezogen. Frau Hansen. Wie viel Glück mussten wir haben? Glück? Nee, da brauchst du kein Glück, da brauchst du göttlich. Was ist der Beistand für? Echo? Ich brauche mir ein Echo. Achso, warte. Ich habe hier, oh sorry, oh, ich habe den Streamer, die Seite neu gestartet. Oi, 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 oi. Ja, danke für den Tipp. Es ist so gut, dass wir hier die ganze Zeit auf unser Team achten. Ja. Und was ist? Echo, Echo. Echo, Echo. Wie das jeder schreibt. Ja, der Mongo kommt halt, der Sepp-Mongo-Chat, der kommt halt erst ein paar Sekunden später an. Da tut mir schrecklich leid. Oje. Äh, deshalb, ist halt tricky, ne? So, jetzt darfst du aber wieder. Jetzt geht hoffentlich wieder alles. Geht jetzt wieder? Was sagst du, Mongo? Oh, wie nett, wie nett. Twitter-Box wieder im Arsch. Und da geht eigentlich. Warte. Wie du selbst versucht hast, meinen Namen auszusprechen. Ah. Okay. Haldert einer in Werner Bildung mit Frau Hansen. Mensch, Mensch, Mensch. Aber wir haben wieder ein Spanier. Wir ziehen irgendwie nur so Spanier-Mongos. Die sind alle voll kacke. Ja, ich weiß auch nicht. Ma. 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 Ballsicherheit, ey, maaann. Ja, gibt die... Oh, Mann, das ist so behindert. Den hat man auch schon, oder? Ne, ich glaub nicht. Aber einen anderen mit so blauen Augen. Ah, die haben so übertrieben komische Augen. Oder der hier? Ja, den hat man schon ein paar Mal. Oh, der sieht aus wie seine Haare. Oh, mein Gott. Na, Igel, Igel. Ui, ach komm, da muss halt was dabei sein. Heißt abstoßen. Seht ihr, selbst Maria versteht das nicht, wie EA so gierig und geldgeil sein kann, dass sie nicht mal, wenn du 12.000 FIFA Points reinsteckst, irgendwie was Gutes siehst. Außer Sergio Busquets, der sowieso voll Mongo ist. Der ist gar nicht so schlecht, der Jose Rodrigo und 2000 Münzen haben wir auch noch. Ja, gut. Oh, mein Gott. Ja komm, jeder macht immer zwei auf. Jeder macht immer zwei auf. Okay, da musst du draufklicken. Oh, jetzt ist die Sammy auf der Wäsche. Ist recht. Und putz dich. Ist recht, wer ist recht. So wird's schön. So, hier nehm ich eine Muhe und raus bist du. Bäh. Äh? Ja, keine Ahnung. Man muss immer irgendwas komisches machen, weil dann klappt das nicht. Das klappt nie. Ne, Gipsen, boah, überspringen. Oh, bla. Oh, es ist schlecht. Hier. Da ist noch ein Silberglitzerspieler. Und Angel Wang haben wir. Ich komm nicht klar. Fabrikas! Jawohl! Eine geile Nuggetschnitte hier. Mann! Endlich mal was, was Gutes. Der ist nämlich geil. Hoffe ich zumindest, dass er in diesem FIFA-Title geil ist, weil im letzten war er scheiße und davor war er geil, fand ich. Aber auf jeden Fall Mittelfeld für unsere Barclay. Das ist schon mal ziemlich gut. Ist jetzt nach Chelsea gewechselt. Ich bin dran. Du bist dran. Ja, ich bin dran. Du bist dran. Du kann gar nicht hingucken. Du guck nicht hin. Du kann nicht hingucken. Du guck nicht hin. Boah, Mann, alles. Da können sie sich diese komische... Guck mal, jetzt haben wir auch irgendwie noch eine andere Ärztin da. Ach, ja. Ja, ja. Wieder hier Kinderarbeit. Ja, das ist ja schlimm. Was sind das für Bilder? Ja, verstehe ich auch nicht. Manchmal denkst du ja echt, dass du nicht von den Spielern noch die Kinder ziehst, weil die so scheiße sind. Sirigu, der ist gut. Da ist ein guter Torwart. Torwart. Was ist ein Torwart? Hat auch ein neues Bild bekommen. Torwart? Torwart? Ja, aber nur Torwärter gezogen. Was? Aber wenigstens einen guten Scotland-Liga ist halt so ein Quatsch. Boah, wie schnell du das Geld rausschmeißen kannst. Nein, Gott. So schnell kannst du gar nicht shoppen gehen, wie wir hier das alles vermöbeln. Und dann hast du wenigstens noch was davon, weil dann hast du wirklich was in der Hand. Selbst wenn du... Auch das, was ich will. Ja, ja. Und hier ist sie... Und hier ist sie... Irgendwann ist das scheiße. Alter, das ist doof. Das ist echt doof. Das ist echt doof, ne? Mhm. Du ziehst ja nix. Kommt schon! Aber schon mal tut seine Füße putzen. Oh, gib schon wieder. Oh. Wartet ihr mich? Wie süß er guckt. Wie süß, er guckt, ja. Und jetzt tut er so, als wenn er schlafen würde. Oh. Er tut so, als würde er uns nicht beachten. Na komm, mach noch mal ein Foto. Guck mal, wir haben die Goosman gezogen hier. Guck mal. Mensch, schon wieder. Guck mal, ein Kopfdoktor. Die sieht aber auch glücklich aus, ne? Ein Kopfdoktor ist das. Die sehen echt glücklich aus. Kamera. Den Gips haben wir. Und den Mustafi. Aber für den Gips machen wir noch ein paar Transferplatz klar. Ja, erstmal das sowieso entfernen, weil das ja fertig ist. Nee, ist das Handy jetzt kaputt? Wow, nach 5 Sekunden hat er endlich das geladen. Aber da guckt er aber leider gar nicht so süß. Nö. Ach jetzt? Nee. Aber ist einfach nur so hell, weil da... Dann ist das Handy einfach scheiße. Aber dann kommen wir mal einen Filter an. Na keine Filter. Da, wir machen einen Schönheitsfilter drauf. Ah, warm. Na, hier extra seinen Kopf dann wieder hoch machen. Du musst das voll sneaky machen. Sammy. Aber wie auch Maul. Fühlt sich irgendwie beobachtet. Ich glaube, der mag das nicht. Also Sammy ist nicht so gerne populär. Steht nicht so gerne im Rampenlicht. Oh. Na, da guckt er irgendwie nicht so süß. Na doch, geht. Das ist jetzt weggemacht. And unten ist er gespeichert. Ist dein Handy zu schlecht? Also Maria. Sepp, ist das deine Freundin? Nein, das ist meine Schwester. Ja. Schwester, liebe. Schwester. Ich kann nicht mehr wundern. Was? Ich kann nicht mehr wundern. Hallo. Warum nicht? Hallo, wie kommt denn das bitte? Na ja. Nach meiner Tochter. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall. Ja, schlechte Handys. So sehen die aus. So echt geflamed. Oh nein. Oh, ich dachte gerade, wir hätten hier richtig geilen Spieler gezogen. Von Persi oder so. Nee, ein anderer Holländer. Reyes, super. Alle voll die coolen Spieler. S5 ist geil, wenn es funktioniert. Ja, aber das hier. Sag mal was dazu. Das Handy ist scheiße. Mein Akku ist kacke. Das lädt ewig. Wenn du ein Foto machst, Mensch, äh, also wer was gescheitst will, hier, ne, ein bisschen Apple-Werbung. Na, da ist auch zumindest stabiler und der Akku hält länger. Das ist auf jeden Fall schon mal so. Ja, Akku hält länger. Das muss ich, das muss ich, ich war ja am Anfang auch so ein Apple-Hater, aber mittlerweile muss ich das ja leider zugeben. Weil mir gab es leider ein Update und seitdem läuft gar nichts mehr. Und das ist halt Mist. Und ja, du musst halt entweder ein neues Android-Handy kaufen mit neuer Version und neuem Akku oder aber du kaufst hier Alternativprodukte und jetzt probiere ich einfach mal das iPhone aus. Bei Maria klappt es ja ziemlich gut. Ja, meins ist gut. Also iPhone ist wirklich gut. Ist gut. Sagst du jetzt. Kating, kating. Also irgendwie müssen wir das Geld ja reinbringen hier für unseren Stream. Jetzt über hier 140 Euro verballert haben, dann muss er irgendwie wieder reinkommen. Ja. Ja, die 40 Euro musst du ja irgendwo wieder herbekommen, ne? Na, ohne Spaß. Das iPhone ist so unnötig teuer. Ohne Spaß. Aber Vertragsverlängerung war bei mir sowieso jetzt. Und dann geht's noch. Dann tut sich ganz so weh. Ja, ich finde, wenn du was länger wartest, dann ja auch billiger. Ja, das stimmt. Eigentlich sollst du auf die Handys ein bisschen warten. Und nicht direkt am Anfang kaufen. Raus hier bin! Noch ein Dortmunder. Mein Gott, guck mal, der sieht doch mal glücklich aus. Da kannst du ja jetzt auch lachen, ne? Ohne Spaß. Lachen mal. So, guck der. Ja. Weil der ist wahrscheinlich super Mongo-mäßig glücklich, dass er endlich bei Dortmund spielen darf. Ist ja schon mal cool. Der hat auch gar nicht so schlechte Werte. Ja, gut drübbeln, aber gut. Ist halt so. Hey, jetzt darf ich mal wieder ziehen. Du ziehst schon die ganze, ne? Ne, ich zieh nicht, nö. Nö, nö, nö. Ist okay. Okay. Guck mal, ich habe einen Dortmunder gezogen. Jetzt musst du was Besseres ziehen. Was Besseres als ein Dortmunder. Oh, das geht gar nicht. Das ist die richtige Einstellung. Ja, wow. Oh yeah. Yeah, oh Gottchen. Oh, die sehen ja schnuckelig aus. Mein Gott, da hat einer die hübschere Version der Haare eher als die andere. Da haben sie, das war wahrscheinlich so ein Bob-Pierre. So ein Afro, genau. Und da haben sie einmal so komisch geschnitten, ne? Auch wieder beim Photoshopen ausgerutscht. Oh, aber richtig. Aber richtig, ne? Wo war es? Oh Gottchen. Meine Güte. So, ein schlechter Mist. Äh, abstoßen. Ramos spielt sich mega gut, würde ich auf jeden Fall holen. Das ist schon mal gut zu wissen. Danke für die Info, Leute. Jetzt komm. Komm. Mama, ich bin im Fernier. Jetzt komm. Bitte. Ihre Aula, ihre Aula, ihre Aula. Guck mal, Frank war aber schon zum dritten Mal jetzt hier. Ja, das läuft, die schmeißen dir den hinterher, ne? Das ist nicht scheiße. Och Mann. Ja, wegwerfen, ne? Tschüss. Mensch. Mensch, Mensch. Ich glaube, wir müssen noch mal Werbung machen. Warum? Wir haben die Hälfte jetzt durch. Ich glaube, einmal muss man noch Werbung machen. Nee. Nicht? Nee. Guck mal, ihr habt Maria auf eurer Seite. Mein Gott, ihr seid ihr Glückspilzer. Ich weiß, wie langweilig werbung machen. Ja, das stimmt. Also. Oh, 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 oh. Da muss ich morgen ein bisschen länger arbeiten. Für die... Was? Biabiani. Ja, das ist auch so ein Mongo. Boah, Alter, ist das langsam, ey. Alter, sieht aber auch schnick aus mit seiner blonden Frisur und richtig schön dunkel. Das weiß. Oder weiß, ja. Nee, ist schon alt. Ja, der ist auf jeden Fall alt. Mit 96 Paces ist das auf jeden Fall der Großvater. Oh, je. Guck mal, die danken dir sogar, dass wir jetzt keine Werbung machen und einfach eiskalt weitermachen. Ach, das ist doch doof, das macht man dann, wenn du zum anderen Spiel übergehst, ne? Genau. Wenn wir nachher Destiny spielen, dann machen wir nochmal Werbung. Ich muss sowieso umbauen. Wahrscheinlich wird das noch eine kleinere, längere Pause. Ja. Alles umstellen und umbauen hier. Scheiß auf die Werbung. Scheiß mal auf das Geld. Scheiß mal auf, scheiß mal auf alles. Hauptsache Community. Hashtag Peace Stream. Yeah. Oh, ne, oh. Falkioni. Boah, der sieht echt böse aus. Der sieht auch faltig aus, Falkioni, ne? Alter, der guckt echt böse. Eui, eui. Den möchte ich nie als Nachbarn haben, ey. Dem will ich nicht im Dunkeln, Micky. Ne. Ja, komm, hier, mach du nochmal. Ach, jetzt hast du die ganze Zeit geklickert, ne? Ich hab kein Glück. Ich kann das nicht. Also, irgendwie war das total unnötig, da nochmal was reinzustecken. Wir haben nämlich, doch, äh, äh, hier, äh, Dinges haben wir gezogen. Weißt du? Hier, Dingens. Ja, Dingens. Dingens. Weißt du? Boah, voll gut, ey. Ich weiß, weiß Bescheid, ne? Ihr wisst alle Bescheid, Leute. Ja, da hat sogar einer geschrieben, dass du mehr Glück hattest in dem, als mit den 100 Euro, oder? Ah, jetzt mit dem Pack, meinst du? Ja. Ja, das stimmt. Ja. Aber du hast immer mehr Glück, wenn du, glaube ich, nur einen Pack kaufst, also statt 100, weil du hast Glück, weil du dein Geld noch hast. Ja, das stimmt. Ne, und Franco haben wir jetzt schon zum vierten Mal hintereinander gezogen. Ah, ich glaube, da kannst du noch mehr Geld rauswerfen, da ziehst du einfach nix, also nix richtig geiles, so. Oh, Yakunan. Boah, sieht der kacke aus, ey. Also richtig kacke. Also richtig kacke? Mensch. Das war gemein, entschuldige. Leidig ist hier meine Spieler. Oh man, tut mir leid. Okay, wen schmeißt man dafür raus? Hier, Shampoo. Shampoo? Shampoo. Hä? Ach, keine Ahnung, wo ich Shampoo gelesen habe. Du hast das falsch gelesen. Ja, ja, sowieso. So, wir haben ein bisschen hungern, ne? Ich auch. Boah, scheiße. Essen wir denn nach, ja? Nix. Unser Kühlschrank ist leer. Ne, wir haben, wir haben alles Geld hier in dieses Pack Opening gesteckt. Ja, genau. Wir haben nicht mal was zu essen, Leute. Ja, das ist das Problem. Okay. Mann. Alles in die Vorbereitung und... Ja, das hat wirklich, hat wirklich einkaufen gekostet, ne? Ja, das stimmt. Kohlka. Mein Gott, äh... Ach komm, äh... Ohne Witz. Was? Ja. Da, McCasey. Das ist wie dein Kind. Sag, das ist ein Kind. Ja, und was ist das? Guck mal, der hat eine Perücke auf. Das ist ein... Der hat hier so einen Mob sich draufgesetzt. Das ist ein Pädophiler dann. Ja, guck mal, die passt da super zusammen. Ja. Ja. Ja, ohne Witz. Was sind das für komische Figuren? Äh... Ich brauche mich nicht wundern, wenn ich mich da mal finde oder so. So ein bisschen Bob. Ja, die Maria ist auch da. Ja, stimmt. Das reicht, ne? Das reicht, ne? Boah, so mittlerweile ist ja meine Motivation hier, ein guter zu ziehen. Langsam geht das aber wirklich ruhig. Langsam geht das aber wirklich ruhig. Boah, ey, jetzt habe ich nicht mal Bock, der Maxis hier einen Platz in meiner Mannschaft zu geben. Egal. Ach, Mann. Dens, 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 Dens. Dens, Dens. Santicasolo. Bäm, bäm. Warum ist denn der linke das Mittelfeld? Der ist doch ein zentraler Mittelfeldspieler. Das ist doch... Das ist doch jemand mit Ballkontrolle. Den kann man doch nicht auf die linke Seite stellen. Oh, Mann. Den werde ich auf jeden Fall auch ins Mittelfeld stellen. Das ist mir total egal, dass der eine schlechte Chemie hat. Das ist eine 84. Der hat voll die guten Werte. Und der muss auf jeden Fall... Oh, die Micheles. Mann mit 36 Pace. Santiago Bernabeu. Das gibt doch bestimmt nochmal hier 2500 oder so. Hier 3.000... Was? 3.600 für Guiatta? Na, da hat jemand Scheiß gemacht. Oder? Ey, Leute, also entweder seid ihr so geil, dass ihr wirklich hier auf meine Spieler bietet. Was ich ziemlich geil finde. Oder aber... Da hat einer... Weiß ich nicht. Ich habe irgendwie ein Trend verpasst. Das ist der oberkrasseste Torwart, den es gibt vom Herrn. Wahrscheinlich. Aber Jägerin und Terry, die will ja mit keiner haben. Das ist schade. Aber wir bieten ja einfach mal... Hier Bradley... 1500... Bob... Anbieten... Wir brauchen Money, 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 Money brauchen wir. Wir brauchen... Oh, Scheiße. Gipsel war ein bisschen günstig. Max ist auch ein bisschen günstig hier für den Preis. Egal. Das wird schon. Wir brauchen Money, Money, damit wir in der nächsten Zeit ein bisschen traden können. So wie der Jäger hat gemacht hat. Weil, weil, weil... Das ist nämlich ganz wichtig, damit man am Anfang eine starke Mannschaft hat. Und dem Jay zeigen kann, wo der Hammer hängt. Aber ich glaube, Jay guckt gerade den Stream und lacht sich gerade einen Arsch ab. Weil er nämlich weiß, dass er schon sowieso die übelste Mannschaft hat. Und hier kackt natürlich wieder alles ab. Ja. Oh, Mann. Vielleicht kriegst du jetzt ein ganzes Geld zurück. Naja, das wäre lustig. Das war so. Jetzt habe ich 15.000 FIFA Points. Das wäre doch mal schön, Mann. Ich habe nicht mal Spieler mehr, die hier abwerfen. Doch, den kann ich ja abwerfen. Der ist scheiße. Langsam können wir auch nicht mehr ziehen. Wir haben zum Glück ja auch nicht mehr so viele Punkte, ne? Ja, aber... Sonst könnten wir ja nachher, da wäre der Transfermarkt ja voll. Geht ja nicht. Nee. Die Werbung läuft flüssig, aber der Stream nicht. Das ist aber mal gefährlich. Das ist aber scheiße. Hm? Manni, 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 lalala. Ja, genau. Ja, genau, Lisa, ey. Katsching! Katsching! Mit Rolfes aber nicht. Scheiße. Pazzini! Ja. Super. Rolfes können wir mal wegschmeißen. Den können wir auch wegschmeißen. Und zwei Mongos hier. Und mal weiter schauen. Vielleicht ziehen wir noch etwas besseres als den Fabregas hier. Da kommt nichts mehr. Oh, ne, hier auf jeden Fall nicht. Überspringen. Und Arsenal Zeichen. Ja, wow. Wenn ich das nicht so langweilig finde, dann würde ich das ja direkt nehmen. Morales ist auch ziemlich scheiße. Oh, weniger als 1000 Points noch. Oh, oh, oh. Also der Stream läuft flüssig. Okay, da hat nur einer wahrscheinlich ein Problem mit seinem Internet. Einfach mal neu starten. LALANA! Wer ist denn LALANA? Ohne Witz. Wenn du den Namen hast, dann... Ich weiß auch nicht. Distin... LALANA. Kenne ich auch überhaupt gar nicht. Wahrscheinlich auch wieder Newcomer. Ja. Oh, komm, jetzt die 700 Punkte. Da muss man ja jetzt noch irgendwas besonderes dabei sein, oder? Irgendein Bullshit, ne? Wolltest du sagen? Irgendein Bullshit. Halt irgendwas. Guck mal, wenn ich schon vorne die Zahlen hier gleich sehe, ne? 77 Sorka überspringen, auch scheiße, alle zum Verein, ja. Marco Marien, ey. Ja, darf ich noch? Ja, du machst jetzt den Rest. Genau. Du spielst, du machst... Nein, du spielst und ich ziehst ein bisschen so duschig so. Ja, ich ziehe so, so schon... Ich habe schon aufgegeben. Ich habe schon abgeschlossen mit meinem Geld. Ich auch. Alter. Ich bin nur scheiße dabei. Äh, aber jetzt wirklich, ne? War ein schön Ball. Der Ball ist schön. Gut, dass man den beim Spiel eh nicht so richtig. Nicht so richtig zu machen. Ja. Ja, komm, pädophil, mach den weg. Den Wisch, den schmeißen wir weg. Den Wisch, den schmeißen wir weg. Den Wisch, den schmeißen wir weg. Der pädophile von vorhin. Das Geld wäre locker für die Karten für Linkin Park drin gewesen. Das stimmt. Das stimmt leider. Leiter. Leiter. Ja, leider. Das stimmt leider, dann hätte ich besser zum Linkin Park Konzert gehen können. Hätten wir beide zum Linkin Park Konzert gehen können, ne? 40 Euro. 140 Euro haben wir gerade rausgehauen. Ja. Also ich dachte jetzt. Wird wahrscheinlich noch alle Zuschauer mitnehmen können. Nein. Halala macht ihr alle in Kavala. Ach, toll, ich wurde vorgelesen, wurde aber nicht, hab's aber nicht mitbekommen. Ja, Leute, wir waren, wir laden das Ganze auch als erste FIFA-Folge natürlich hoch für euch und können einfach nochmal mit reinschauen. Kommt da ja auch noch mit mal ran, dann seht ihr halt nochmal. Komm schon, komm schon, komm schon. Wieder Einstieg von Destiny so behindert. Okay. Erstmal einer auf Destiny rum, Flame. Boah, Wolfsburg, wenn ich jetzt Dortmund hätte, ne? Das wäre cool. Das wäre cool. Ach, Mann. Warte, das letzte, nein, das vorletzte, es gibt noch ein kleines. Ja. Nicht alle abstoßen. Ja, kacke. Theoretisch ja, aber. Ja, aber nein. Aber nein. Da ist nichts drin. Noch ein kleines. Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Ne Gummum. Ach Gott, wollt ihr mich verarschen. Haha. Was sind das für Bilder? Ne, ich weiß ja nicht, ne? Das klingt nicht. Das ist ein neues Internet-Meme-Bild. Scheiße. Manchester City Emblem. Okay, das finde ich cool. Erstmal wechseln. Erstmal wechseln. Ja, schau du. Mann, Leute, was soll das? Da war nix bei. Mann. Scheiße. So. Jetzt gehen wir nochmal in unseren Verein. Und gucken uns da die Vereins-Objekte an. Und wechseln erstmal das Trikot. Okay. Stadion. Dann habe ich Amuways. Felddienst-Arena ja bestimmt nicht. Bernabeu. Was haben wir hier noch? Ah, Trikots. Ah, ne. Länder? Länder kann man auch als Emblem nehmen. Ne, was? Finde ich irgendwie komisch. So. Hier, das holländische Trikot. Das finde ich doch schon mal cool. Als Auswärts festlegen. Und als Heim haben wir... Was gefällt dir denn? Hm? Was gefällt dir denn? Hier so ein dickes Chevrolet da drauf. Boah, ne. Boah, ist das hässlich, ey. Vor allem rot. Manju, was hast du denn da nur gemacht? Ah, hier Xbox, sollst du? Ja, dick Xbox drauf. Die sind alle scheiße. Hier mal nur Trikot filtern. So, das eine von Holland haben wir schon. Oh, warte. Oh nein, das ist das... Das ist das alte. Hier so ein Argentinien-Trikot. Ja. Zu Schmache, wo die gegen sie gewonnen haben. Genau. Ah, hier so ein V-Spiel Stuttgart mit einem dicken Mercedes. Dacia, genau. Ja, das eine war gut. Das gestreifte weiß-blau. Super gut. Das ist Argentinien? Ja, fand ich gut. Ah, hier so Glattbach. Na, Postbank. Hier auch. Boah, Hoffenheim hat auch wieder ein super schönes Trikot. Gut, dann nehmen wir das schöne Argentinien-Trikot. Das nehmen wir noch. Argentinien und Holland haben wir. Schön. Das ist auch schön. Schön. Das haben wir noch. Stadion haben wir festgelegt. Emblem haben wir festgelegt. Verbrauchsobjekte. Ja, gut. Leute, wir haben schon 374 Verträge. 222 Normal und 27 Manager und 70 Glitzerne. Wir könnten nicht 70 Glitzerne Spieler ziehen, sondern nein. Ach, naja. Naja. Aber Leute, ich sehe gerade, bei euch ist es auch nicht viel besser. Es gehen ein paar essen, ne? Ich will auch essen. Ich will auch essen. Ich will auch essen? Ne, die muss ich einfach aufnehmen. Scheiße. Ich esse ein paar Gummibärchen. Mensch. So, dann wollen wir noch kurz eine neue Mannschaft machen. Neue Mannschaft erstellen. Nachdem können wir aber nicht hier im... Machen wir mal eine neue Barclay-Mannschaft. Die aktivieren wir mal eben. Und können doch hier gewittert nicht... Ne, gibt nicht Scheiße. Konzeptmannschaften gibt es ja auch. Genau, man kann jetzt irgendwie sich selber eine Vorlage erstellen und seine eigene Wunschmannschaft erstellen. Wann ich auch mal ein bisschen... Naja. Ist quasi der Squad-Builder. Von anderen Seiten haben sie jetzt einfach mal bei sich integriert. Finde ich ganz toll. Hab da toll gemacht. EA. Mensch, ich bin so stolz auf euch. Und äh... Teres und Ed Thou haben wir hier. Den Thou haben wir schon mal als Stürmer. Ich packe jetzt einfach mal ein paar Spieler hier aus der Barclay dann rein. Lukaku haben wir drin. Ähm... Im Mittelfeld können wir den guten Fabregas auffahren. Auf der linken Position haben wir doch den ein oder anderen. Den Santi Calzola, den Podolski. Also da auf jeden Fall ziemlich viele coole Spieler schon. Aber den Santi, den packen wir auf jeden Fall in die Mitte. Das geht nämlich gar nicht. Und den Podi hier schön auf die Außen. Ähm... In der linken Verteidigung. Hier, den Cole oder den Kollarov. Sind beide eigentlich ziemlich gut. Aber ich nehme mal den Cole, weil der Kollarov mir nicht ganz so gut gefällt. Nehmen dann noch den Cole-Man auf die rechte Seite. Oder den Johnson. 78 Dev. Ja, dann den Cole-Man. Der sieht auch so schnuggelig aus. Hier, der ihre. Dann haben wir hier noch... Mungana. Die nehmen wir noch. Die haben wir ganz gut. Und äh... Matip, ja. Distin. Äh... Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Haben wir nicht noch einen anderen gehabt, der gut war? Kabul. Wo ist denn mein Kabul? Achja, die nicht glätzt an. Die kommen ja dahinter. Da. Hier den guten alten Kabul. Der Killer vor dem Herrn. Und äh... Liga. Machen wir hier mal Barclay für Torwart. Haben wir überhaupt einen gezogen? Ja, natürlich hier den Friedl. Die alte Sau. Und dann für die rechte Seite haben wir auch noch einen bestimmt. Und... Mialis. Ja, der ist ja auch geil. McGee, die haben wir auch noch alternativ. Aber Mialis ist echt gut. Gar nicht so verkehrt hier. So. Jetzt haben wir hier schon zwei Spanier und schon 97 Chemie. Ist auch schon gar nicht so verkehrt, ey. Ohne Spaß. So. Speichern wir das Ganze und so sieht dann schon mal unsere erste, naja, halbwegs gut gezogene Mannschaft aus. Ähm... Ich werde dann in den nächsten Tagen nochmal ein bisschen anfangen zu traden, damit wir hier was rausbekommen. Ähm... Und Cole ist gar... Ach, Cole ist ja gar nicht mehr. Danke. Leute. Leute, Leute. Ihr habt mich drauf hingewiesen. Der ist ja gar nicht mehr in der Liga, ey. Das ist ja... Das ist ja mal richtig schwach hier von mir. Wobei Gips halt echt schnell ist, ne? Und Kolarov echt gar nicht. Scheiße. Hm. Gut, dass wir Kommentare lesen. Kannst du mich bitte einmal grüßen, Yilmaz? Ja, klar. Ähm... Scheiße. Ach, komm, in dem Gips. Ein bisschen Pace brauche ich hier auf der Seite. Da hole ich mir sowieso wieder Klischee. Ich hoffe, der ist wenigstens nicht gewechselt, weil dann kriege ich nämlich einen Affen. Und Sammy kann auch ins Team. Der wird halt unser Manager, ne? Sammy. Miau. Genau. Der miauht nicht. Ich hoffe. Ähm... So. Ah ne, doch lieber den Franzosen. Wir haben ja wirklich zwei Franzosen im Team. Das ist ja schon mal sehr geil. So. Leute. Ihr könnt ja mal... Kollorov doch nicht Gips. Ja, jetzt kommen sie alle Gips, Kollorov, Gips, Kollorov. Jetzt hatet euch mal. Okay, wir grüßen mal Marie und Anja. Hallo, hallo. Und ja, sind dann hier mit FIFA quasi durch. Ich werde dann jetzt mal umstellen. Auf Destiny Level 24 bin ich da und werde euch da mal ein bisschen zeigen, was im Late Game so auf euch wartet und wie es dann da auch so aussieht. Wie der Multiplayer aussieht. Vielleicht spielt ja der ein oder andere zufällig dann noch mit. Und ähm... Ja. Machen wir noch eine Stunde und dann gehen wir auch endlich essen, weil... Boah, ohne Scheiß. Ich hab echt Hunger. Ich hab echt Hunger. Ah ja. Ah ja. Ja. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Leute. FIFA 15 kommt dann die Tage. Am Wochenende oder was wird die Folge kommen, weil die Woche sehr sehr voll bei mir ist. Und ich wahrscheinlich erst am Freitag schaffe aufzunehmen. Und dann äh... Ja. Dann kommen wir dann die Folgen raus. Und äh... Dafür habt ihr jetzt hier schon exklusiv zwei Stunden hier Pack Opening. Ganz dicke. Und äh... Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe es hat euch auch Spaß gemacht. Dass es ein bisschen mehr auf die Community eingegangen wird als bei anderen Streams vielleicht. Ähm... Hashtag PeteStream ist halt das geilste einfach. Ohne Spaß. Ähm... Also finde ich ja zumindest. Ich weiß nicht. So andere Streams gehen halt so sehr wenig gar nicht auf ihre Zuschauer. Das finde ich ja immer ein bisschen öde selber auch zuzugucken. Und äh... Naja ihr konntet sehen wie Geld verbrannt wird. Au. Au. Das hätten wir lieber ein Premium Semifutter ausgeben können. Ja der hat nämlich schon Hunger hier. Der hat nämlich schon Hunger. Der hat nämlich auch Hunger genauso wie wir. Wow. Nicht so anstupsen der weicht. Na von hinten geht. Dann beißt er nicht. Dann beißt er nicht. Dann beißt er nicht. Und wenn das Gesicht beißt ja sowieso nicht. Das wärt nämlich noch. Doch der weißt gerne in die Nase. Na der knabbert gern an den Nasen. Ja. Naja. Leute haut rein. Wir wünschen euch was. War lustig mit euch. Danke dass ihr zugeschaut habt. Ja. Und äh... Geht dann... Ich denke mal so in 5 Minuten. Bleibt einfach drin. In 5 Minuten geht es dann weiter mit Destiny. Und äh... Ja. Leiter. Tschüss. 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 Tschüss.